Hallo, ich bin Linda und in diesem Video geht es um ein kleines Körper- und Stimmen-Warm-up für die Kinderstimme und den Unterricht mit Gruppen und EinzelschülerInnen im Kindesalter. Wenn du mit Kindergruppen oder auch mit Kindern im Einzelunterricht arbeitest, bietet es sich an, am Anfang der Stunde oder auch mitten in der Stunde zur Auflockerung ein kleines Körper- und Stimmen-Warm-up zu machen. Das ist für deine Stimme und die Stimme des Kindes, aber auch insgesamt für den Körper und den Unterricht ein spielerischer Einstieg, eine Abwechslung oder Auflockerung für die Unterrichtsstunde. Für diese Warm-up-Variante kannst du gerne sitzen bleiben, am besten du probierst es direkt mit mir zusammen aus. Strecke deine Arme mal richtig nach oben aus, mache die Finger auseinander, mach dich so lang wie möglich und dann gehen die Beine nach vorne und du machst dich insgesamt so groß wie du kannst, um dann so klein wie möglich zu werden. Bastel dir ein kleines Päckchen und bei eins, zwei, drei wirst du wieder so groß wie möglich. Das kannst du ein paar Mal mit den Kindern wiederholen, sie ganz klein werden lassen und danach wieder ganz groß werden lassen. Dann setzt du dich so hin, dass die Füße ganz auf dem Boden sind und du kommst von müde zu wach. Gleich nochmal, müde zu wach. Du bleibst wach und klopfst dich ein bisschen ab. Nimm gerne ein dazu. Klopfe dann leicht den Bauch ab, den Rücken ab und dann die Beine zu den Füßen und natürlich wieder zurück. Du bleibst immer noch wach und stellst dir nun vor, du sitzt gemütlich aber aufgeweckt auf einer Parkbank und denkst, heute ist ein richtig schöner Tag. Du nickst ganz leicht mit dem Kopf und sagst dazu, ja, 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 ja. Was für ein schöner Tag. Gleich nochmal, ja, 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 ja. Einmal noch mit mir zusammen, ja, 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 ja. Wenn du möchtest, kannst du dann eine Übung daraus machen, zum Beispiel, ja, 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 ja. Sing gerne ein bisschen in die Höhe mit den Kindern, gehe auch in die Tiefe, achte aber darauf, dass du nicht zu tief wirst. Du kannst dieses kleine Warm-up nach Belieben erweitern oder verkürzen, je nach Zeit, Bedarf und Dringlichkeit. Das war's auch schon. Ich hoffe, du konntest die eine oder andere Anregung mitnehmen und dass es dir Spaß gemacht hat. Vielen Dank fürs Mitmachen, viel Freude beim Ausprobieren. Schau auch gerne in die anderen Videos rein, wenn du Lust hast. Tschüss! Das war's auch schon.